Guten Tag. Ich heiße Marie-Cécile Malon. Wie heißen Sie? Ich heiße Arek Kowalski. Woher kommen Sie, Frau Malon? Ich komme aus Frankreich. Und woher kommen Sie, Herr Kowalski? Aus Polen. Ich wohne in München. Und Sie? Ich wohne auch in München. Hallo. Mein Name ist Kesset. Ich komme aus Eritrea. Das ist in Afrika. Jetzt wohne ich in Deutschland. In München. Mir geht's sehr gut hier in Deutschland. Guten Tag. Ich heiße Marisa. Ich wohne in Aachen. Mir geht's super in Aachen. Ich komme aus Brasilien. Aus Rio de Janeiro. Brasilien ist in Südamerika. Hallo, Marie. Hallo, Aziz. Wie geht's dir? Sehr gut. Und dir? Auch sehr gut. Danke. Ich wohne jetzt in Bonn. Und du? Ich wohne in Köln. Guten Tag. Mein Name ist Wilhelms. Guten Tag. Ich heiße Maja Ibrahim. Wie bitte? Wie schreibt man das? Maja Ibrahim. Ich buchstabiere. I, B, R, A, H, I, M. Danke, Frau Ibrahim. Und wo wohnen Sie? Ich wohne hier in Berlin. Und woher kommen Sie? Ich komme aus Irak. Wer ist das? Das ist Aileen Chan. Das ist Aileen Chan. Und jetzt sie. Wer ist das? Das ist Aileen Chan. Woher kommt sie? Sie kommt aus der Türkei. Wo wohnt sie? Sie wohnt in Düsseldorf. Wer ist das? Das ist Matthias Grundner. Woher kommt er? Er kommt aus Deutschland. Wo wohnt er? Er wohnt in Frankfurt. Wer ist das? Das sind Kaja und Adam. Woher kommen sie? Sie kommen aus der Slowakei. Wo wohnen sie? Sie wohnen in Leipzig. Wer ist das? Das ist Daniel. Wie alt ist er? Daniel ist 45 Jahre alt. Und wer ist das? Das ist Maya. Wie alt ist sie? 42. Und woher kommt sie? Aus Syrien. Aus Syrien. Sie spricht Arabisch und auch sehr gut Deutsch. Sind Daniel und Maya verheiratet? Nein. Nein, aber sie wohnen zusammen. Und haben sie Kinder? Ja, zwei. Wie alt sind die Kinder? Acht und zehn. Wohnen sie auch hier in Hamburg? Nein, sie wohnen in Braunschweig. Hallo. Wie heißen Sie? Hallo. Ich heiße Ninon. Woher kommen Sie? Ich komme aus Frankreich. Wie alt sind Sie? Ich bin achtundzwanzig Jahre alt. Wo wohnen Sie? Ich wohne in der Morgenstraße 65. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder. Was sprechen Sie? Ich spreche Französisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Hallo. Wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Wie alt sind Sie? Wo wohnen Sie? Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Was sprechen Sie? Hallo, Aziz. Was arbeitest du? Ich arbeite als Taxifahrer bei Taxi 3000. Und du? Ich bin Hausmann. Hast du Kinder? Ja, drei. Und wie alt sind die Kinder? Sie sind acht, elf und fünfzehn Jahre alt. Wo ist denn die Tasche? Hier, Daniela. Hier ist die Tasche. Und wo ist das Handy? Hier ist das Handy. Hier ist das Handy. Und die Kamera. Wo ist die Kamera? Die Kamera ist hier. Oh nein! Wo ist denn jetzt der Geldbeutel? Ach, Daniela. Der Geldbeutel ist hier. Ah, gut, danke. Jetzt habe ich alles. Das ist Faisa. Sie wohnt auch in der Mozartstraße. Wie alt ist sie? Sie ist einundvierzig. Hat sie Kinder? Ja, zwei. Und arbeitet Faisa? Ja, sie ist Verkäuferin. Wo? Bei Lecker Plus. Das ist super. Wer ist das? Das ist Michaela. Wie alt ist sie? Sie ist fünfunddreißig Jahre alt. Und was ist sie von Beruf? Sie ist Ärztin von Beruf. Und ist sie verheiratet? Ja, sie ist verheiratet und hat ein Kind. Ist das Lucian Barbu? Nein, das ist nicht Lucian Barbu. Das ist Sorin Barbu. Nein, das ist nicht Lucian Barbu. Das ist Sorin Barbu. Und jetzt sie. Ist das Lucian Barbu? Nein, das ist nicht Lucian Barbu. Das ist Sorin Barbu. Ist er vierzig Jahre alt? Nein, er ist nicht vierzig Jahre alt. Er ist zweiundvierzig Jahre alt. Kommt er aus Polen? Nein, er kommt nicht aus Polen. Er kommt aus Rumänien. Wohnt er in Hamburg? Nein, er wohnt nicht in Hamburg. Er wohnt in Hannover. Arbeitet er als Verkäufer? Nein, er arbeitet nicht als Verkäufer. Er arbeitet als Lehrer. Ist er ledig? Nein, er ist nicht ledig. Er ist verheiratet. Hi, Tim. Sag mal. Marcos Familie lebt in Valencia, oder? Als was arbeiten sie? Ja, sie leben in Valencia. Marcos Vater arbeitet als Friseur und Marcos Mutter ist Krankenpflegerin von Beruf. Aber Marcos Eltern sind geschieden. Oh. Marcos Freundin ist Irina, oder? Ja, das ist richtig. Irinas Eltern sind auch geschieden. Hat Marcos noch mehr Familie in Valencia? Ja, Marcos Tante und Onkel leben auch in Valencia. Arbeiten sie auch? Ja, Marcos Tante ist Köchin. Und der Onkel ist Polizist. Irinas Onkel ist auch Polizist. Irinas Tante arbeitet als Lehrerin. Sie sind verheiratet. Marcos Tante und Onkel sind geschieden. Und was sind Irinas Eltern von Beruf? Irinas Eltern sind Verkäufer von Beruf. Sie arbeiten zusammen. Und Irinas Großeltern? Die Großeltern arbeiten auch. Irinas Großmutter ist Hausfrau. Und der Großvater ist Arzt. Und Marcos Großeltern? Marcos Großmutter ist verwitwet. Sie arbeitet nicht. Sie lebt mit Marcos Eltern zusammen. Hat Irina Geschwister? Nein. Und Marco? Ja, Marco hat zwei Geschwister. Einen Bruder und eine Schwester. Sie studieren hier in Deutschland. Sind Sie schon verheiratet? Nein. Sie sind ledig. Was ist Miriams Cousine von Beruf? Miriams Cousine ist Köchin von Beruf. Miriams Cousine ist Köchin von Beruf. Und jetzt sie. Was ist Miriams Cousine von Beruf? Miriams Cousine ist Köchin von Beruf. Was ist Gülisas Onkel von Beruf? Gülisas Onkel ist Lehrer von Beruf. Was ist Robels Vater von Beruf? Robels Vater ist Polizist von Beruf. Was ist Svenjas Mutter von Beruf? Svenjas Mutter ist Ärztin von Beruf. Was ist Jannicks Tante von Beruf? Jannicks Tante ist Krankenpflegerin von Beruf. Was machen Davids Geschwister? Davids Geschwister studieren. Ist das ein Arzt? Nein, das ist doch kein Arzt. Das ist ein Koch. Nein, das ist doch kein Arzt. Das ist ein Koch. Und jetzt sie. Ist das ein Arzt? Nein, das ist doch kein Arzt. Das ist ein Koch. Ist das ein Kugelschreiber? Nein, das ist doch kein Kugelschreiber. Das ist ein Bleistift. Das ist ein Kugelschreiber. Das ist ein Heft. Das ist ein Buch. Nein, das ist doch kein Heft. Das ist ein Buch. Ist das ein Rucksack? Nein, das ist doch kein Rucksack. Das ist eine Tasche. Ist das eine Lehrerin? Nein, das ist doch keine Lehrerin. Das ist eine Fotografin. Das Sportcenter ist von Montag bis Sonntag von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Das Sportcenter ist von Montag bis Sonntag von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Und jetzt sie. Wann ist das Sportcenter geöffnet? Der Buchladen ist von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Arztpraxis ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und am Freitag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Wann ist das Restaurant geschlossen? Das Restaurant ist am Montag geschlossen. Hier ist ein Rucksack. Ich brauche keinen Rucksack. Ich brauche keinen Rucksack. Ich brauche einen Koffer. Und jetzt sie. Hier ist ein Rucksack. Ich brauche keinen Rucksack. Ich brauche keinen Rucksack. Ich brauche einen Koffer. Hier ist eine Uhr. Ich brauche keine Uhr. Ich brauche ein Handy. Hier ist ein Kugelschreiber. Ich brauche keinen Kugelschreiber. Ich brauche einen Bleistift. Hier ist eine Zeitung. Ich brauche keine Zeitung. Ich brauche eine Brille. Wie viel Uhr ist es? Es ist kurz nach neun. Entschuldigen Sie, ich habe eine Frage. Wie spät ist es? Es ist fünf vor halb eins. Jetzt ist es genau elf Uhr fünfundvierzig und Zeit für die neuesten Verkehrsnachrichten. Es ist zweiundzwanzig Uhr vierzig und Sie hören das Programm mit Pepe durch die Nacht. Hallo, Artym. Wie geht's dir? Danke, gut. Und wie geht's dir? Auch gut. Du, sag mal, was machst du am Donnerstag? Am Donnerstag? Warte, ich schau in den Kalender. Donnerstag, Donnerstag, Donnerstag. Oh, am Donnerstag mache ich um sieben Uhr Sport. Um sieben Uhr? Wow! Ja, und dann trinke ich einen Kaffee. Und wann arbeitest du? Am Donnerstag arbeite ich von neun bis vierzehn Uhr. Und was machst du nach der Arbeit? Von vierzehn bis fünfzehn Uhr mache ich eine Pause und um sechzehn Uhr habe ich einen Zahnarzttermin. Aua! Haha! Und was machst du am Abend? Am Abend um achtzehn Uhr koche ich. Und von zwanzig bis einundzwanzig Uhr telefoniere ich. Das ist viel. Okay. Und was machst du am Freitag? Am Freitagvormittag arbeite ich und am Nachmittag habe ich frei. Trinken wir einen Kaffee? Na klar. So um 15 Uhr? Super! Guten Tag. Wie heißen Sie? Mein Name ist Vanja Horvath. Herr Horvath, ich habe eine Frage. Was trinken Sie zum Frühstück? Das ist einfach. Am Morgen trinke ich immer Kaffee. Ohne Milch und Zucker. Meine Frau trinkt den Kaffee immer mit Milch und Zucker. Aber das mag ich nicht. Und was essen Sie am Morgen zum Kaffee? Hm. Also ich esse meistens ein Croissant und oft auch ein Ei zum Frühstück. Meine Frau isst am Morgen immer Müsli mit Obst. Das esse ich nie. Ich esse auch nicht gern Müsli. Was essen Sie am Mittag? Oh, da habe ich meistens keine Zeit. Zum Mittagessen esse ich manchmal einen Salat und selten Nudeln. Aber wirklich sehr selten. Und am Abend? Am Abend esse ich viel und gern. Ich esse oft Brot mit Wurst, Käse und Tomaten oder Gemüse mit Reis. Ich esse nie Fleisch. Aber manchmal Fisch. Meine Frau isst keinen Reis. Sie isst den Fisch ohne Reis, aber mit Gemüse. Lecker! Jetzt möchte ich Gemüse essen. Herr Horvath, vielen Dank für das Gespräch. Gern. Auf Wiedersehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte bitte Äpfel. Wie viele? Ein Kilo. Hier, bitte. Sonst noch etwas? Nein, danke. Was kosten die Äpfel? Zwei Euro dreißig. Hier, bitte. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Hallo. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Wie viel kostet der Kuchen? Vier Euro sechzig. Das ist gut. Das ist gut. Ich möchte den Kuchen kaufen. Sehr gern. Guten Tag. Guten Tag. Was möchten Sie? Ich möchte sechs Flaschen Wasser, drei Liter Saft, sechs Dosen Bier und zwei Liter Milch. Sonst noch etwas? Sonst noch etwas? Nein, danke. Das ist alles. Das macht zusammen 13 Euro. Hier, bitte. Guten Morgen. Ich nehme einen Kaffee und ein Kaffee und ein Kroissant. Sehr gerne. Und Sie? Was kostet ein Käsebrot? Zwei Euro fünfundfünfzig. Gut. Ich nehme auch einen Kaffee und ein Käsebrot. Hier, bitte. Danke. Auf Wiedersehen. Guten Morgen. Ich möchte bitte sechs Brötchen und ein Brot. Sehr gern. Das macht fünf Euro fünfundsechzig. Hier, bitte. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Was möchten Sie? Ich möchte ein Kilo Fleisch und 200 Gramm Wurst. Hier, bitte. Ein Kilo Fleisch und 200 Gramm Wurst. Haben Sie auch einen Becher Sahne? Ja, Sahne haben wir auch. Sehr gut. Wie viel kostet das? Alles zusammen macht das elf Euro fünfunddreißig. Hier, bitte. Danke. Auf Wiedersehen. Ein Kilo Tomaten kostet vier Euro dreißig. Ein Kilo Tomaten kostet vier Euro dreißig. Ein Kilo Tomaten kostet vier Euro dreißig. Wie viel kostet ein Becher Sahne? Wie viel kostet ein Salat? Ein Salat kostet einen Euro fünfzig. Wie viel kostet ein Liter Saft? Ein Liter Saft kostet zwei Euro achtzig. Wie viel kosten einhundert Gramm Schinken? Einhundert Gramm Schinken kosten einen Euro fünfundzwanzig. Es ist zwölf Uhr fünfundvierzig. Und hier ist die aktuelle Wettervorhersage für Hamburg. Heute Vormittag scheint die Sonne bei bis zu zwölf Grad. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag maximal 15 Grad. Es ist bewölkt. Am Abend und in der Nacht regnet es leicht. Morgen regnet es viel und die Temperaturen fallen bis zum Abend auf 8 Grad. Und jetzt zum Wetter für Zürich und Umgebung. Heute Vormittag regnet es viel, bei Temperaturen bis zu 20 Grad. Am Nachmittag und am Abend ist es noch bewölkt. Am Abend sind es um die 18 Grad. Aber morgen kommt der Sommer. Die Sonne scheint den ganzen Tag bei Temperaturen bis zu 30 Grad. Und das ist das Wetter für heute und morgen in Wien. Heute Vormittag und auch am Abend schneit es viel und es ist sehr kalt. Die Temperaturen fallen am Abend und in der Nacht auf bis zu minus zwölf Grad. Nur heute Nachmittag scheint kurz die Sonne. Auch morgen scheint die Sonne selten. Es bleibt kalt bei bis zu minus 10 Grad und es schneit viel. Nein, in Zürich regnet es heute Vormittag. Nein, in Zürich regnet es heute Vormittag. In Hamburg regnet es morgen Abend nicht. Doch, in Hamburg regnet es morgen Abend. Doch, in Hamburg regnet es morgen Abend. Und jetzt sie. In Wien schneit es morgen Abend. Ja, in Wien schneit es morgen Vormittag. Ja, in Wien schneit es morgen Vormittag. In Zürich ist es heute Abend nicht bewölkt. Doch, in Zürich ist es heute Abend bewölkt. Nein, in Wien schneit es morgen Vormittag. Hallo Claudia. Was machst du am Sonntag? Am Sonntag? Da schlafe ich bis elf Uhr. Bis elf? Das ist lange. Und dann frühstückst du, oder? Nein, zuerst mache ich ein bisschen Sport. Dann dusche und frühstücke ich. Und was machst du danach? Danach räume ich auf und telefoniere vielleicht. Und am Nachmittag? Am Nachmittag treffe ich eine Freundin. Wir gehen spazieren. Und am Abend? Hast du da Zeit? Am Abend bleibe ich zu Hause und koche. Kommst du auch? Es gibt Gemüsesuppe. Ja, ich komme gerne. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Interview-Podcast. Heute ist mein Thema Hobby und Freizeit. Guten Tag. Wie heißen Sie? Hallo. Mein Name ist Niklas. Niklas, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Haben Sie ein Hobby? In meiner Freizeit? Das ist einfach. Ich spiele Fußball. Ich trainiere jeden Montag. Dienstag, Donnerstag und Samstag. Das Training im Verein ist immer von 19 bis 21 Uhr. Sehr schön, Niklas. Sehr schön, Niklas. Vielen Dank. Und Sie? Wie heißen Sie? Ich heiße Isabel. Was machen Sie in Ihrer Freizeit, Isabel? Ich schwimme gern. Ich schwimme jeden Mittwoch und Freitag. Meistens um 7 Uhr. Danach gehe ich ins Büro. Das ist super. Danke, Isabel. Und Sie? Wer sind Sie? Machen Sie auch Sport? Ich bin Gina. Ich habe leider wenig Zeit. Ich habe eine große Familie. Aber ich habe ein Hobby. Kochen. Ich koche sehr gern und oft. Jeden Tag Mittagessen und jeden Tag Abendessen. Das macht sehr viel Spaß. Vielen Dank, Gina. Und Sie? Wie heißen Sie? Ich heiße Ali. Ich kann überhaupt nicht kochen. Aber ich habe auch ein Hobby. Singen. Ich liebe singen. Ich singe jeden Tag. Am Morgen, am Mittag und am Abend. Sehr schön. Vielen Dank für Ihre Antworten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ah, das ist der Kuchen. Ui, der Kuchen sieht lecker aus, Pedro. Mh. Mh, lecker. Ich liebe deine Kuchen. Und ich liebe backen. Das ist doch ganz einfach, Mustafa. Zuerst rechnest du 23 mal 10. Das ist 230. Und dann rechnest du 23 mal 2. Das ist 46. Und am Ende rechnest du 230 plus 46. Das ist 276. Also ich weiß nicht. Rechnen macht überhaupt keinen Spaß. Was nähst du, Renata? Ich nähe eine Tasche. Oh, toll. Das sind schöne Farben. Du kannst wirklich sehr gut nähen. Danke. Gehen wir heute Abend tanzen, Patricia? Also ich weiß nicht. Ich kann nicht so gut tanzen. Ach, bitte. Ich möchte so gern tanzen. Okay. Dann probieren wir es. Was will Sandro machen? Sandro will nach Thailand reisen. Sandro will nach Thailand reisen. Und jetzt sie. Was will Sandro machen? Sandro will nach Thailand reisen. Was wollen Diana und Timo machen? Diana und Timo wollen Urlaub machen. Sebastiano will den Führerschein machen. Was will Monika machen? Monika will Nähen lernen. Hallo. Ich bin Eva. Ich bin 1992 in Polen geboren. Im Februar 1998 bin ich in die Schule gekommen. Ich bin gern in die Schule gegangen. Mein Abitur habe ich im April 2010 gemacht. Danach habe ich erst mal ein bisschen gearbeitet. Ich war zwei Jahre Kellnerin in einem Restaurant. Ab Herbst 2013 habe ich Medizin studiert. 2015 habe ich Toni getroffen. Er hat auch Medizin studiert. Wir haben im Sommer 2018 geheiratet. Und im Frühling 2020 ist unser Sohn David geboren. Wann ist Ada geboren? Ada ist 1996 geboren. Und jetzt sie. Wann ist Ada geboren? Ada ist 1996 geboren. Wann ist Ada in die Schule gekommen? Ada ist 2002 in die Schule gekommen. Von wann bis wann hat Ada die Ausbildung gemacht? Die Ausbildung hat Ada von 2012 bis 2015 gemacht. Wann hat Ada geheiratet? Ada hat 2019 geheiratet. Wann ist Adas Tochter geboren? Wann ist Adas Tochter geboren? Adas Tochter ist 2020 geboren. Wann ist Ada nach Deutschland gekommen? Ada ist 2022 nach Deutschland gekommen. Wann sind Sie geboren? Wann sind Sie geboren? Wo sind Sie geboren? Wann sind Sie geboren? Wann sind Sie in die Schule gekommen? Wann sind Sie nach Deutschland, nach Österreich oder in die Schweiz gekommen? Guten Morgen, Moni. Entschuldige bitte. Ich bin zu spät. Kein Problem, Annalena. Du hast mir ja geschrieben. Da fahre ich einmal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und nicht mit dem Rad. Heute hat wirklich nichts funktioniert. Zuerst ist der Bus nicht gekommen. Erst nach 20 Minuten. Dann bin ich zwei Stationen mit dem Bus gefahren. Am Bahnhof bin ich in die S-Bahn umgestiegen. Am Karlsplatz habe ich dann die Straßenbahn genommen. Die Straßenbahn hatte aber leider ein Problem. Am Elisabethplatz ist sie nicht mehr gefahren. Oje. Also bin ich ausgestiegen und zu Fuß gegangen. Aber leider habe ich das Café nicht gleich gefunden. Ich bin die erste Straße rechts gegangen und nicht die zweite Straße. Also habe ich das Café noch zehn Minuten gesucht. Jetzt bin ich hier. Nach 45 Minuten. Das tut mir sehr leid. Kein Problem. Jetzt frühstücken wir erstmal. Ich habe Hunger. Gute Idee. Entschuldigen Sie. Wie komme ich denn von hier zum Zoo? Kann ich zu Fuß gehen? Zu Fuß? Das ist zu weit. Sie nehmen zuerst den Bus 145 und fahren fünf Stationen Richtung Stadion. an der Station Schloss, steigen Sie um und fahren mit der Straßenbahn Nummer 14 noch drei Stationen. Dann sind Sie da. Danke schön. Entschuldigung. Ich habe eine Frage. Ja? Ich suche das Museum. Wissen Sie, wo das ist? Ja. Ja. Das ist nicht weit. Sie können zu Fuß gehen. Sie gehen von hier noch 100 Meter geradeaus und dann die zweite Straße rechts. Da sehen Sie es schon. Danke. Entschuldigen Sie. Wie komme ich denn von hier zum Zoo? Kann ich zu Fuß gehen? Danke schön. Entschuldigung. Ich habe eine Frage. Ich suche das Museum. Wissen Sie, wo das ist? Danke. Hi, ich bin Paul. Ich habe eine super Wohnung gefunden. Sie hat leider keinen Balkon. Aber sie ist im siebten Stock und man kann die ganze Stadt sehen. Sie hat auch einen Aufzug. Und sie ist gar nicht teuer. Sie kostet nur 900 Euro. Guten Tag. Ich heiße Malaika. Ich suche eine Wohnung im Zentrum. Und in der Zeitung habe ich eine gefunden. Aber sie hat leider nur eine Dusche und keine Badewanne. Das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, ich rufe dort nicht an. Hallo. Mein Name ist Irina. Ich komme aus Russland und ich suche für meine Tochter und mich eine Wohnung in Hannover. Ich möchte gern drei Zimmer und einen Balkon. Und der Stadtpark muss in der Nähe sein. Ich liebe den Stadtpark. Dort gehe ich fast jeden Tag spazieren. Welche Farbe hat Antonias Schrank? Der Schrank ist weiß. Und jetzt sie. Welche Farbe hat Antonias Schrank? Der Schrank ist weiß. Wie lang und wie breit ist das Bett? Das Bett ist zwei Meter lang und 1,80 Meter breit. Ist Antonias Lampe alt oder neu? Antonias Lampe ist alt. Wie viel kostet das Regal? Das Regal kostet 30 Euro. Wann hat Antonia die Spülmaschine gekauft? Antonia hat die Spülmaschine 2008 gekauft. Ist der Fernseher klein oder groß? Der Fernseher ist klein. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Mein Name ist Martina Klein. Ich möchte Kindergeld beantragen. Wo kann ich das machen? Sie müssen einen Antrag schreiben. Haben Sie das Formular? Nein. Wo finde ich das Formular? Sie finden das Formular im Internet, auf der Seite der Familienkasse. Sie füllen das Formular zu Hause aus, unterschreiben es und schicken es per Post zur Familienkasse. Ich muss Kindergeld beantragen. Kannst du mir helfen, Konrad? Ja, klar. Was kann ich für dich tun? Muss ich den Antrag ausdrucken? Ja, genau. Aber das ist kein Problem. Ich kann die Formulare für dich ausdrucken. Hier. Bitte. Okay. Name, Adresse, Familienstand. Muss ich die Formulare unterschreiben? Du musst hier unterschreiben. Muss ich den Antrag mit der Post oder als E-Mail schicken? Du musst ihn mit der Post verschicken. Vielen Dank. Sehr gern. Ich muss Kindergeld beantragen. Kannst du mir helfen? Ja, klar. Was kann ich für dich tun? Muss ich den Antrag ausdrucken? Ja, genau. Aber das ist kein Problem. Ich kann die Formulare für dich ausdrucken. Hier, bitte. Okay. Name, Adresse, Familienstand. Muss ich die Formulare unterschreiben? Du musst hier unterschreiben. Muss ich den Antrag mit der Post oder als E-Mail schicken? Du musst ihn mit der Post verschicken. Vielen Dank. Sehr gern. Ich muss Kindergeld beantragen. Kannst du mir helfen? Ja, klar. Was kann ich für dich tun? Ja, klar. Was kann ich für dich tun? Ich muss Kindergeld beantragen. Kannst du mir helfen? Ja, klar. Was kann ich für dich tun? Muss ich den Antrag ausdrucken? Ja, genau. Aber das ist kein Problem. Ich kann die Formulare für dich ausdrucken. Hier, bitte. Okay. Name, Adresse, Familienstand. Muss ich die Formulare unterschreiben? Du musst hier unterschreiben. Muss ich den Antrag mit der Post oder als E-Mail schicken? Du musst ihn mit der Post verschicken. Vielen Dank. Sehr gern. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche einen Termin. Haben Sie Schmerzen? Ich habe Rückenschmerzen. Haben Sie am Mittwoch um 14 Uhr Zeit? Nein, da kann ich leider nicht. Und am Freitag um 10 Uhr? Ja, das ist okay. Wie ist denn Ihr Name, bitte? Kossmann. Und Ihre Telefonnummer? 0157 65 99 34 34 6 Gut, Frau Kossmann. Kommen Sie bitte am Freitag um 10 Uhr. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Hier ist Herr Conti. Ich kann nicht zur Arbeit kommen. Ich bin krank. krank. Oh, was haben Sie denn? Ich habe Husten und Schnupfen und ein bisschen Fieber. Waren Sie schon beim Arzt? Ja. Ich bin eine Woche krank geschrieben. Ich habe eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Ich schicke sie Ihnen per Post. Ja. Und schicken Sie bitte noch eine E-Mail an die Personalabteilung. Gute Besserung. Danke. Auf Wiederhören. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche einen Termin. Haben Sie Schmerzen? Ich habe Rückenschmerzen. Haben Sie am Mittwoch um 14 Uhr Zeit? Nein, da kann ich leider nicht. Und am Freitag um 10 Uhr? Ja, das ist okay. Wie ist denn Ihr Name bitte? Kossmann. Und Ihre Telefonnummer? 0157 65 99 34 34 6 Gut, Frau Kossmann. Kommen Sie bitte am Freitag um 10 Uhr. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Hier ist Herr Conti. Ich kann nicht zur Arbeit kommen. Ich bin krank. Oh, was haben Sie denn? Ich habe Husten und Schnupfen und ein bisschen Fieber. Waren Sie schon beim Arzt? Ja. Ich bin eine Woche krank geschrieben. Ich habe eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Ich schicke sie Ihnen per Post. Ja. Und schicken Sie bitte noch eine E-Mail an die Personalabteilung. Gute Besserung. Gute Besserung. Auf Wiederhören. Die Ärztin sagt, man soll viel schlafen. Und jetzt sie. Was sagt die Ärztin? Was soll man machen? Die Ärztin sagt, man soll viel schlafen. Was sagt die Ärztin? Was soll man machen? Die Ärztin sagt, man soll spazieren gehen. Was sagt die Ärztin? Was soll man machen? Die Ärztin sagt, man soll viel Tee trinken. Was sagt die Ärztin? Was soll man machen? Die Ärztin sagt, man soll gesund essen. Was sagt die Ärztin? Was soll man machen? Die Ärztin sagt, man soll viel lachen. Ich habe eine Erkältung. Was soll ich machen? Isst viel Obst. Und jetzt sie. Ich habe eine Erkältung. Was soll ich machen? Ich habe eine Erkältung. Was soll ich machen? Ich habe eine Erkältung. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Trink viel Wasser. Rauch nicht. Ich habe eine Erkältung. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Rauch nicht. Ich habe eine Erkältung. Was soll ich machen? Geh zum Arzt. Wann ist die Geburtstagsparty? Am 1.9. um 20 Uhr. Am 1.9. um 20 Uhr. Wann ist der Arzttermin? Am 1.9. um 14 Uhr. Wann ist das Bewerbungsgespräch? Am 12.9. um 10 Uhr. Wann ist der Termin beim Zahnarzt? Am 18.9. um 17.45 Uhr. Wann ist der Termin beim Zahnarzt? Das Bewerbungsgespräch. Am 18.11. um 20.5 Uhr. Und wie viel kostet dieses Kleid? Warten Sie. Hier steht es. Das Kleid kostet 229 Euro. Oh, das ist mir zu teuer. Schade. Hast du morgen Zeit? Oh, das ist schade. Und nächste Woche? Hm, also am 10.06. gehe ich zum Sport. Ich mache Tai Chi. Und am 12.06. gehe ich mit Freunden ins Kino. Möchtest du mitkommen? Am 12.06. kann ich leider nicht. Da habe ich Geburtstag. Und vom 13.06. bis 2.07. fahre ich in den Urlaub. Dann treffen wir uns nach dem Urlaub. Am 8.07. möchte ich gern ins Theater gehen. Soll ich für dich auch eine Karte kaufen? Gute Idee. Ich freue mich. Hallo, Maxi. Wie geht's dir? Gut. Und dir, Manuel? Auch gut. Ich würde gern mit dir gemeinsam Urlaub machen. Wie findest du das? Gute Idee. Wann möchtest du fahren? Am liebsten im Sommer. Im Juni muss ich arbeiten. Aber im Juli habe ich Urlaub. Wohin möchtest du fahren? An den Rhein. Es ist eine Reise mit dem Fahrrad. 200 Kilometer in sieben Tagen. Hast du Lust? Ach, komm. Du warst noch nie am Rhein. Dort ist es schön. Ich war schon mal da. In Köln. Na gut. Und was kostet das? Die Reise kostet 589 Euro. Wir müssen zuerst noch nach Mainz fahren. Da können wir mit dem Zug fahren. Und was kostet die Fahrkarte? Die Fahrkarte kostet 47,90 Euro. Okay. Buchst du die Reise? Klar. Ich buche die Reise und die Fahrkarte einfach in der App. Toll. Danke. Und nächstes Mal fahren wir dann ans Meer. Würden Sie lieber in den Bergen oder auf einer Insel wohnen? Würden Sie lieber im Wald oder am Strand spazieren gehen? Würden Sie lieber mit dem Auto oder mit dem Flugzeug reisen? Würden Sie lieber in die Berge oder ans Meer fahren? Naima, kommst du zur Party? Ich komme sehr gern, denn ich habe Zeit. Ich komme sehr gern, denn ich habe Zeit. Karim, kommst du zur Party? Ich kann leider nicht zur Party kommen, denn ich muss arbeiten. Und jetzt sie. Naima, kommst du zur Party? Daniel, kommst du zur Party? Ich kann leider nicht zur Party kommen, denn ich bin am Samstag bei meiner Oma. Yolanda, kommst du zur Party? Ich komme sehr gern, denn ich möchte die neue Wohnung sehen. Ich komme sehr gern, denn ich bin neugierig. Monika, kommst du zur Party? Ich kann leider nicht zur Party kommen, denn ich muss am Wochenende im Garten helfen. Oh je, schon drei Uhr. Heute Abend ist die Party und wir müssen noch so viel machen. Wieso? Was müssen wir denn noch machen? Hast du schon das Rezept ausgedruckt? Ja, klar. Ich habe auch schon die Suppe gekocht. Super, das habe ich nicht gesehen. Hat Martin schon Getränke gekauft? Nein, das hat er noch nicht gemacht. Er ist nicht da. Ich schreibe ihm. Er soll bitte auch noch Brot kaufen. Okay. Das Bad hat er nicht geputzt. Das muss er machen. Ich schreibe es ihm. Das muss er auf jeden Fall noch machen. Ich habe schon die Küche aufgeräumt. Ja, die Küche sieht toll aus. Ich hole noch die Gläser aus dem Schrank. Das habe ich noch nicht gemacht. Super. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.